Willkommen zurück bei Titelbildschirm, nein, bei Weltkarte, bei Speichern, bei Speichern. Speichern erstmal. Erstmal Speichern. Willkommen zurück bei Baymax, willkommen zurück bei Kino Hearts 3, wir kommen zurück bei... Wir sind fertig eigentlich, behaupte ich, mit Baymax oder nicht? Wir haben jetzt eigentlich keine Lust auf irgendwelche Herausforderungen in San Fransokium. Ich nehme stark an, dass wir Katzins bekommen. Ja, surprise. Sora, jemand ist uns auf dem Gummifone kenne. Wir haben viele Schmerzen. Wir haben totalen Kontakt mit dem King und Riku. Sie sind alle auf ihren eigenen, im Raum der Schmerzen. Was? Siehst du? Ich wusste, ich sollte, dass ich weggegangen bin. Ja, ich habe das mit ihnen gemacht. Jetzt können wir fragen? Es ist nicht so, dass wir diese große Tür nicht mehr nutzen können. Es ist komplett weg. Ja, wir haben es geschlossen, nach Ansem zu verletzten. Und wir sicherlich können nicht fragen, Riku oder Riku. Weil du mir nicht sagen würdest. Ich denke, Mikki kann eine Tür öffnen in den Räumen der Dunkelheit. Das ist, dass er eine spezielle Kabel der Dunkelheit hat. Er hat herausgestellt, wie es eröffnen kann. Was machen wir dann? Oh, all right. Haha Ach. Sieh mal, da guck. Why do you think that gate took us here? Das ist das Schlüsselschritt von Terra. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich bin ein, das ist das Schlüsselschritt von Terra. Ein Schlüsselschritt von Terra. Wie ist es hier? Vielleicht ist es ein Schlüsselschritt von Terra. Ich bin 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 ein Schlüsselschritt von Terra. Ohne Donald, ohne Gofie, alles klar. Okay. Okay. Mickey! Aqua? Dark Aqua? What? This Keyblade. Is it her? Mickey. You're too late. Aqua? What happened? You abandoned me, that's what. Left me in this shadow prison for more than a decade. Knowing what it would do to me. I'm sorry, it's all my fault. I reached the shore after endless wandering. Waited forever for help to arrive. But no one ever came. I lost my Keyblade. Had no means of fighting my way back through the Heartless. You should have known I was stranded. Do you have any idea how lonely it is here? How frightening it is to have no one? All that's left in my heart is misery and despair. And now, you can share it. There's no need. Got my own. going. Hmm. Ich möchte jetzt ungern Rico steuern. Das möchte ich sagen. Okay. So. I will go for it now. Okay. I will go for it now. er hat ja genau akk wirst du akku es greift er Das war nicht die Attacke, die sie hat. Oh, wie schön weh. Komm her, komm. Ich sehe zwar nicht viel, aber... Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Okay, schau mal. Wuh, 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 wuh. They were close. Sora? Wie Sora. Okay, setzen wir Sora ein. Sora? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Did I miss something? Wuh, das stimmt. Wuh. Wuh! Was ist das? Wie ist das, Sora? Schön. I had a little help. Watch over the king. I've got this. Okay. Um. Okay. Round two. Fight. Oh, scheiße. Meinet, die Dachbocker. Hallo? Könntest du mich bitte nicht... Hallo? Ich hab'n Angriff geschadet. Hallo? Stop it please! Wo ist Dora Linke? Au? Au? Hallo? Peace? Oh fuck. 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 Das wird jetzt doch auf jeden Fall ein Kampf. Diesesadasit hier ist so schlimm. Das ... wird auf jeden Fall jetzt noch ein Kampf. Bye. Wuiiii! 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 Wuiiiiiii! Wuiiii! Wuiiii! Wuiii! Und wuiuiuiui! Okay, da er steht nun. Oh, die Attacke kenne ich doch noch von, von, von 2.8 oder sowas, oder? Sturmflagge. Boom, 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 meine Lieben! Boom, 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 boom. Gap misstust. Oke, Piraten zijn voor ruinen. Äh, ja, okay. Fang sie auf! Fang sie halt nicht auf, okay, weg war sie, oder zieh sie an den Haaren. Nein, okay, nein, okay sie ist weg. So, das ist der Ende. Aqua! Sora! Okay. Okay. Somit hätten wir Aqua wieder. Terra natürlich noch nicht, Ventes auch nicht. Aqua kann uns gegebenenfalls sagen, wo Ventes ist. Abgesehen von in so was Haar jetzt. Aqua! Aqua! Ben! Terra! Nicht ganz. Aqua! Aqua! Es ist du. Danke schön! Du bist wunderschön! Micky! Sind diese ... Die Destiny Islands? Das stimmt. Die Wolse! Wenn sie in der Schmerz? Du bist in der Schmerz. Du bist in der Schmerz. Du bist in der Schmerz. Home. H꽃! Hm ... Okay. Okay, wir haben Aqua befreit, gerettet. Also reicht der Dunkelheit. Bringt uns jetzt nur noch nicht zu viel. Also ich meine, da fehlt jetzt noch einiges. Oh, ich verstehe. Es ist weil ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, auch. Was? Halt! Okay, Mann, look. Real talk, backstabbing diese Leute würde es schrecklich sein. Wenn sie herausfinden, sind wir die Toast von gestern. Ich meine, was ist für mich? Verabschiedung. Huh? Für was? Menschen wie uns. In der Perspektive der Wissenschaft, wir manchmal machen schrecklich. Wir verlieren unsere Mission zu helfen Menschen. Aber jetzt kann ich jemanden helfen mit meiner Forschung. Jetzt kann ich aneignen. Ich bin kein Wissenschaftler. Wait, wait, wait! Komm, Mann, ich bin nicht verwendet. Oh, Chicken. Wir sind nicht Freunde. Ich kann mich an, wie du und ich haben mit einer Hand gesammelt. Nichts von einer Hand. Ich habe sogar noch nicht gewusst, dass du in der Vergangenheit warst. Okay, okay. Aber hör mal. Huh? No way! It's true. The whole thing was his idea. Huh? No stinking way. He wants to atone, too. But he is one of the chosen, so his hands are tied. Hence my actions on his behalf. Hence my need for you to act on my behalf should all go awry. As you said, we are far from friends. No one would ever suspect you. Hmm. So I'm not doing any fighting. Correct. And more importantly, no benchwarming. Hmm. Ha! Yeah, baby! Sign me up! Yes! Demics time! I think that guy is an idiot. Yep. I think, yep, 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 he is an idiot. Is it, it is as it is. He is an idiot. Dead, he is an idiot. Dead, he is an idiot. You've come a long way toward reconstructing Roxas's heart. But a vessel? Without that? Yeah, right. Bodies don't grow on trees, Ienzo. It's the backup plan or nothing now. But, the backup plan isn't a true solution. Finally, about time. Hmm. Ha 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 ha. Oh, nice place. Demics? Is that you? Hey, Zexion, long time. How's humanity treating ya? I rejoined the nobodies. But, like... I just can't shake the feeling I've been sweet-talked, you know? We have so got to have a chat. Whoa. Back up. What? Oh, sorry, sorry. I'm getting ahead of myself. I'm actually here on a top-secret mission. Apparently, I'm so off everyone's radar that I'm just the guy to handle a special delivery. Ta-da! Master Ansem! Ah, well met, little Ienzo. They told me you'd gone mad. That you abandoned us. I was just a boy. But I should have known better. I am truly, deeply sorry. I think what matters is that you recognize the mistake. Peace, Ienzo. It was I who was consumed by hatred, who failed you in my obligations as your mentor. Forgive me. Uh, heh 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 heh. So, uh, are we cool to get on with things here? Oh. Got you a present from Vexen. One was all he could manage for the time being. But hey, he figured you guys would know what to do with it. A vessel. Blaue Haare? What? I have, glaube ich, noch nie an schöneren Ort gesungen in my ganzen Leben. Okay. Ich befürchte, es geht jetzt auch weiter mit K10. Ich weiß noch nicht, wo wir wieder einspringen können und... ja, dürfen. Kann ich mal so sagen. You sure about this, Aqua? If you want, we can take you back to Master Yen Sid's tower to rest with Riku and the King. Mm-hmm. Thank you. But, Fen's expecting me. I promised to wake him. Said I'd be right back, but I'm not even close. I'm in for an earful. Mm-hmm. Oh? 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 Warum Terra's Schwert? Das ist doch nicht Terra's Schwert. Oh, oh. 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 Oh, der V-Platz von damals. So eine Trainingsstätte von der 3. Wie hieß nochmal ihr Meister? Ei, ei, ei. Xen, 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 nein, ich weiß es nicht mehr, wie der Meister von denen heißt. Ready?